Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Test Landwirtschaft Simulator 15 mit mir und dem Bayerwald. Hi, hi! Hi! Ja, wir haben uns wieder eingefunden auf unserem Hof hier und ich wollte die Hühner angucken. Ich sehe dich da hinten rumdüsen, ja. Ich schmeiße mal kurz das Mähwerk hier rein. Ja, ich sehe dich da hinten fahren. Weiß das Ding dreckig. Was du mal machen könntest, weil ich habe ja immer noch kein Pfennig Geld. Du könntest mal so einen Hochdruckreiniger besorgen. Ja, mache ich gleich. Ich will jetzt eben einmal die Hühner doch gucken. Ach, guck mal, da ist schon ein Ei. Da kann ich schon Ei einsammeln. Hühner? Warte mal, ich komme mal rüber zu dir. Ja, ich habe doch Hühner gekauft. Die muss ich doch jetzt gucken. Ich finde die total... Der Hahn übrigens, den hat man ja sowieso. Also auch wenn man noch keine Hühner gekauft hat. Ich brem's mal. So, hier. Gut. Guck mal, da liegt ein Ei schon. Der Hahn, glaube ich, ist das einzige Tier, das man von Haus auskommt. Genau, das hat man sowieso, gell. Aber der ist so hübsch. Ich muss gerade... Ich gucke gerade mal, wo ist denn der olle Hahn? Ich sehe den gar nicht. Aber die Texturen, weil wir uns im letzten Part darüber unterhalten haben, die Hühner, die schauen ja richtig toll aus von den Texturen. Die Hühner sind schicke. Ich finde es auch total schön, dass die so weiß-bräunlich sind. Also nicht irgendwie nur so weiß dahin geklatscht. Der Gockel. Gell, der Hahn ist so schick. Und dann steht er da und scharrt. Ich finde es total cool. Auch so, weißt du, so diese Bewegungsanimationen mit dem Scharren und so. Ich mag das total. Genau, auf einem Bein stehen, wie er's gerade gemacht hat. Das ist echt ziemlich cool. Und auch die Kopfbewegung. Ja. Also ich mache alles richtig schön mit. Das ist richtig cool. Also mir gefällt es auch. Ja, da kommt der Hahn zu dir, guck. Jetzt ist er wieder weg. So, jetzt sammle ich das Ei mal noch ein hier, so. Was, ein Ei? Ja, hier. Noch mehr? Ein Ei lag hier. Ich habe das jetzt eingesammelt. Ich gucke mal, ob ich das verkauft kriege. Hühnerdieb. Ich habe nicht Hühnen geklaut. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein Eierdieb. Eierdieb. So, dann, pass auf, schnappe ich mir jetzt hier den nicht, den nicht. Den kann ich doch nehmen. So, jetzt. Krieg ein Ei. Krieg ein Ei. Also wenn ich jetzt hier, ähm, ich gehe einen Hochdruckreiniger holen in diesem Part, du könntest den Anhänger zum Mähdrescher fahren. Der steht nämlich voll auf der Weide, der macht nicht weiter. Der ist voll. Genau, stimmt. Da war was. Wo habe ich den Hänger hingestellt? Da hinten steht er. Achso, ich drücke immer M für Karte. Weißt du, das ist ja 9. Ja. Ich drücke jedes Mal M für Map. So. Ich habe den Hänger gerade ein bisschen unsanft gedreht. Ach ja, der kann das schon ab. Soll es kein Hänger geworden sein. Ja, eben. Das denke ich doch auch. Siehste, vielleicht kann ich uns ja auch noch eine Kuh kaufen. Was kostete die? 4.500 oder so, ne? Irgendwie so, ne? Aber die müsste man ja füttern, die arme Kuh. Aber ich hätte die halt gern im Letztest mal drin zum Zeigen. Also selbst wenn wir sie dann nicht füttern können und die dann verhungert. Dann hat sie Pech gehabt. Aber dass man die doch wenigstens mal gesehen hat. Genau, das wäre gut. Und ein Schaf vielleicht auch. Ein Schaf bringe ich auch mit, ja. Genau. So, pass auf. Jetzt gucke ich mal. Ich hole mal hier das Zeug ab. Ich gucke mal, was gibt es denn im Sonderangebot hier? Keine Fahrzeuge vorhanden. Nichts im Angebot. Na, das geht ja natürlich auch nicht. So, wo sind denn Traktor... Was macht man denn mit dem LKW? Ich verstehe gar nicht, was ich mit dem LKW machen soll. Damit kannst du, glaube ich, die Maschinen transportieren und irgendwelches... Weil da ist ein Add-on drin mit Holz. Ja, das habe ich gesehen, genau. Und irgendwie gibt es Holztransporter. Das sieht man unter den ganzen Anhängern und alles. Okay. Ich zeige es auch gerade mal meinen Zuschauern. Wo sind die? Die waren irgendwo ziemlich weit hinten unter Diverses. Das ist auch da, wo es die Tiere gibt. Bis unten Diverses. Und da gibt es einmal so einen Fliegel-Anhänger. Einen Tieflader. Ja. Und irgendwo bei den Holz... Bei den Forstgeräten. Da gibt es auch nochmal einen Timber-Runner. Für 17.000. Das ist auch nochmal so ein Auflieger. Okay. Damit kannst du wahrscheinlich schneller transportieren als mit dem Traktor. Dann habe ich gerade noch gesehen, es gibt auch Dollys. Ach, hier gibt es... Hier ist eine Dolly gibt es. Das von Kärcher, weißt du? Kärcher ist ja der Hochdruckreiniger. Den kaufe ich jetzt dann. Das ist ja cool. Ein Bienenhaus gibt es und ein Treibhaus mit Tomaten und mit Salat. So viel Geld haben wir leider nicht. Ich hole aber den Hochdruckreiniger. Genau. Den musst du dann irgendwo platzieren, je nachdem, wo du bist. Ja, ich sehe schon. Kann hier nicht platziert werden. Genau. Irgendwo mal hinstellen, wo es gerade geht. Und dann können wir nämlich einmal hier die Traktoren waschen. Und meiner schaut aus leicht schmuddelig, würde ich mal behaupten. Ach, hier ging... Oh, warte. Na, hier. So, ich habe den mal hinter dem Silo vor dem anderen Trecker, der da noch steht. Da mitten im Weg rein. Mhm. So wie es sich gehört, mitten im Hof. Genau. So, Escape zurück. Okay, alles klar. Aber dann schnappe ich mir den mal. Aufheber ist R. Ruf und Reiniger einschalten. Ich kaufe jetzt auch noch eine Kettensäge. Warte mal. Und jetzt auf X, Werkzeug aktivieren. Ah, wasch mal jetzt den Traktor. Mausrad drehen oder 1, 2 oder 3 auf der Tastatur drücken, um die Kettensäge zu wechseln. Okay. Okay, da musst du mal gucken, ob du das jetzt auch machen kannst. Das geht ja bestimmt. Was, Kettensäge? Ich habe eine Kettensäge gekauft. Ja, ich will gucken, wie das ist, wenn mal ein Baum fällt. Das passt zu meinen Gedanken von der letzten Folge, gell? Musst du mal gucken, ob du die auch benutzen kannst oder ob die dann jeder für sich selber kaufen muss. Mausrad drehen, halt wie bei einem Shooter oder so. Ah, ich habe eine. Ja, siehste. Was kann ich damit machen? Da kannst du die Bäume mit fällen wohl. Das soll wohl. Ich habe noch ganz andere Gedanken, was ich mit dem Ding machen kann. Oh mein Gott. Du sollst nur einen Baum fällen. Such mir gerade mal, hier ist ein Baum. Kann man den umschneiden? Werkzeug aktivieren. X. Und? Jetzt? Wollt er irgendwas machen? Wollt er irgendwas machen? Ich habe noch mal. Ich habe noch mal den Traktor. Und suche mal einen Wald. Schmeiß mal das Zeug hier weg. Genau. Ich putze mal hier. Ja. Ich mache mal sauber. Genau. Ich habe gerade das Gewicht über den Haufen gemäht. Hochdruckreiniger anschalten. Da war doch irgendwo, da war doch ein Wald. Ja, irgendwo da hinten war der. Werkzeug aktivieren. Ach, das ist ja cool. Über Stock und Stein unterwegs. Ach, das macht mir ja Spaß mit dem Hochdruckreiniger. Das finde ich ja wieder toll. Schön, ne? Aber die Animation ist schön. Ja, das ist echt. Wenn man sieht, dass er immer sauberer wird. Das gefällt mir. Cool. Ich suche jetzt mal hier. Ah, ich fahre schon wieder hier. Ah, wie bist du das? Der ist das Chauffeur, ne? Nicht. So, hier sind wir. Pichten. Mal hier irgendwas umsäen. Kann ich irgendwas umsäen? Mach es kaputt. Guck, ja. Ich habe doch eine Motorsäge. Aber was muss ich da umschneiden können hier? Einsteigen kann ich sonst. Fahrzeug, ja? Scheinbar geht das nicht. Also irgendwie... Oder muss man da ein Waldstück besitzen? Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe gedacht, ohne Kettensäge ist cool. Sie können sich nicht weiterhaken. Die ist immer cool, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich stehe hier neben der Straße und versuche hier... ...eine Fichte oder was das ist, über den Haufen zu mähen. Aber irgendwie... Ich weiß, in Björnholm gibt es einen Bereich... ...das schaut so aus, als wenn es hier Holz abbauen könnte. Muss ich mal gucken. Muss doch hier auch einen gehen. Äh, ich fahr mal in die Richtung. Ja, das gibt doch hier auch die Holzabbau-Dinger oder nicht? Also... Mit Sicherheit. Das wird ja gehen wahrscheinlich. Also irgendwas ähnliches sein wie ein Waldstück. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Suche. Irgendwo gibt es doch was. Ich gucke mal auf die schlaue Karte. Warte mal. Ach, na, da sieht man natürlich auch... Du siehst ja auch, wo ich unterwegs bin. Ja, aber ich glaube, in der Richtung bist du schon richtig. Also würde ich auch sagen, dass das schon danach aussieht, als ob man da irgendwie... Hier ist ein altes, marodes Autokino. Echt? Das ist ja cool. Okay. Äh, jetzt gucken wir weiter. Was haben wir hier? Es sind nur Straßen hier unten. Ach so, jetzt wollte ich doch noch gucken. Ich fahr hier einfach mal geradeaus, querfeld ein. Ach so. Ein Campingplatz. Ich hab einen Campingplatz gefunden. Da raucht ein Feuer. Ach, cool. Warte mal, ich stelle mir den Traktor an. Dann kannst du mal zu mir hin. Ja, ich tapp mal. Wir sind auch Leute. Warte mal, ich muss das aus... Jetzt kannst du. Ja. Genau. Hier ist so schön. Lagerfeuer. Ach, das ist ja cool. Guck mal an. Holz. Ja, das ist ja... Das ist ja cool. Guck mal, hier steht auch wieder so ein ranziges Sofa. Die haben es mit ranzigen Sofas. Ja, ja. Jetzt pass auf. Wo ist jetzt der Knopf? Wie war das? Mit dem Mausrad. Ah, mit dem Mausrad, ja. Genau. So, jetzt sitze ich... Jetzt habe ich das ranzige Sofa vor mir. Und die Kettensäge. Alter, ich habe hier riesengroße Pilze gefunden. Ich weiß ja nicht, wie gesund die sind, ey. Ach. Du hast... Was hast du an? Ein Helm? Ein Visier? Ja, hast du auch an. Cool. Cool. Und ich fühle mich, als wenn ich die Pilze hier gegessen hätte. Ja, für meine Zuschauer gibt es jetzt hier einen Rage-Modus. Aber in GTA wird das funktionieren, was ich gerade mache. Hier natürlich nicht, weil es... Ab wie vielen Jahren ist das freigegeben? Ach, komm, wahrscheinlich ab Null, oder? Also... Also, naja, okay. Ja, nee, hier kann ich nichts. Um zu sehen, was ich gemacht habe, musst du dir meinen Part angucken. Ja, das werde ich doch machen. Na, ich werde hier nicht auf irgendwelche Menschen mit meiner Kettensäge ziehen. Ich habe ein familienfreundliches Programm. Ähm... Ach, das ist ja trotzdem... Komisch, dass das hier irgendwie nicht... Du kannst keinen Baum umschneiden, gell? Nee, das geht irgendwie nicht. Da bin ich zu doof. Anke, Peets, exzellent deiner. Open 24 hours. Und eine Klimaanlage. Der ist ja schon wieder voll. Ach du, meine Güte. Sag mal, was ist denn das hier für ein Riesenfeld? Das ist Wahnsinn, gell? Ja, aber wirklich. So, dann... Bin ich immer noch auf der Suche nach einem Baum zum Umschneiden. Das muss doch gehen. Gibt es doch hier nicht. Okay. Such du mal noch den Baum. Ich mache mal den total sauberen, voll hoch auf hochglanzpolierten Trecker wieder dreckig. Ach, den haben wir vorhin so schön sauber gemacht. Ja, ja. Jetzt hier. Jo, na. Ich gucke mal auf die Karte. Was haben wir denn hier? In der Richtung ist gar nichts. Da hinten ist ein Baseballfeld. Der Mähdrescher macht dann aber schon alleine auch weiter, ne? Also der muss sich jetzt dann nicht noch... Wenn du nichts bewegst. Ja, nee. Ich stehe nur hier und er lädt halt ab, ne? Genau, dann fährt er weiter, weil da sitzt ja der Helfer immer noch drin. Ja, ja. Sehr gut. Oh ja, ich sehe schon. Der will hier weitermachen. Ich fahre ihn da mal aus dem Weg. Und wo kann ich... Ach so, jetzt kann ich hier gucken, wo ich das Getreide am besten verschachern kann, ne? Genau, unter I. Da siehst du, wo du am meisten Geld kriegst. Genau. Was ist denn das? Was für Getreide haben wir denn hier überhaupt? Weizen. Weizen ist das. Im Diner. Im Diner. Im Diner kriege ich ganz guten Preis. Okay, jetzt gucke ich. Das Diner ist da. Okay. Alles klar. Ich bin irgendwo mitten auf der Karte unterwegs. Okay. Ich fahre da mal zum Diner und bringe dem mal Weizen. Der macht bestimmt Bier da draus oder so. Würde er für seine Hot Dogs brauchen. Für Weizenbrötchen. Genau. Das könnte auch sein. In der Nähe vom Heiner ist alles ein Waldstück auf der linken Seite. Ja, das ist ja merkwürdig. Also das würde ich tatsächlich dann mal noch irgendwie mal googeln oder so, wie das geht. Weil das interessiert mich ja auch. Ich werde das Spiel ja auch nach unserem Test vermutlich noch spielen. Hast du was gefällt? Nee. Nee, ich habe mich gefragt. Ach so. Bin fest. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast ja auch schon ein paar Stunden da drin verbracht, gehe ich davon aus, dir gefällt das Spiel auf jeden Fall auch. Ja, ja. Ist schön. Nur gerade hänge ich irgendwie... Keine Ahnung. Komplett verfahren. Komplett verfahren. Ich glaube, wenn du das so mit so... Also das macht ja alleine, macht es mir auf jeden Fall auch Spaß, ne? Weil du kannst da echt, weil es total entspannt ist, ne? Also du hast ja überhaupt gar keinen Stress da irgendwie. Das gefällt mir wie Sau. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das so mit mehreren so dir da so einen Hof aufbaust, weißt? So mit fünf, sechs Leuten, die dann... Der eine macht halt das und der nächste das und so. Das geht bestimmt auch gut. Das macht bestimmt auch Spaß. Macht sicherheitsspaß. Ich glaube, die maximale Anzahl, wenn ich es richtig gesehen habe, sind glaube ich 16. Ja, das reicht ja auch. Also das langt ja dick. Ich denke, wenn du das so mit vier, fünf Leuten machst, da weißt, das langt ja vollkommen aus. Und das, denke ich, macht schon echt Spaß. Weißt, dann kann der eine, der macht halt dies, der einer, wer sich, der Bock hat, der kann sich mit den ganzen Preisen auseinandertüdeln und immer zu den besten Preisen verkaufen gehen und, und, und. Also ich glaube, da kann man schon einiges machen. Ich muss gar nicht lachen, aber ich habe den Traktor kaputt gemacht. Oh nein, ey, wirklich? Wie hast du das denn geschafft? Ich habe ihn auf die Seite geschmissen. Oh nein. Wie kann man denn einen Traktor auf die Seite schmissen? Weißt du, ich denke schon immer, ich bin ein mieser Fahrer, aber das ist natürlich schon der Knaller. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Weißt du, jetzt weißt du, warum du kein Geld in der Hand kriegst, ne? Wahrscheinlich, weil der Traktor kaputt war. Gell, also. Gut, dass es nur ein Last Test ist. Ja, ich glaube, das ist. Was ist denn jetzt da liegen? Das ist mir zu wurscht. Ich suche weiter, ich will hier Bäume umschneiden. Oh Gott, das liegt an der Kettensäge, die hat dich nämlich aggro gemacht. Siehst du, da haben wir wirklich Problematik schon. Oh Gott, ey. Ich werde eine Kettensäge sehen, so spiele ich immer aggro. Oh scheiße, ich hätte abbiegen müssen. Oh nein. Ja, ich fahre jetzt aber dahinter. Da legt der Traktor weg. Kann ich den wieder zurück? Legt den mit dem Traktor rammen? Vielleicht fällt er ja um. Ich glaube, du meinst, du kannst den wieder zurückschmeißen, sozusagen, deinen Traktor. Genau, aber ich weiß gar nicht, wo liegt denn der andere überhaupt? Aber der liegt irgendwo bei der Mühle. Ich suche hier erstmal einen Baum zum Umschneiden. Das kann nicht sein. Ja, irgendwie muss das ja funktionieren, hier mit dem Baum. Das soll aber nicht aggro werden. Hat man den Kettensäger und kann nichts damit machen. Super. Ja, solche Spiele machen aggressiv, ne? Muss man ja sagen. So ein ruhiges Spiel. So ein ruhiges Spiel. Ich will die Kettensäge. Habe ich hier? Ne, das ist hier eine Waage, oder was ist das hier? Wo bin ich denn hier? Ach, hier ist eine Feuerstelle in Hauer mit Brennholz. Irgendwo mitten in der Pampa. Ne, bin ich ja dann. Kein Baum. Was ist das hier? Ich habe ein Hotel gefunden. Ja, hier bin ich ja auch. Ich versuche hier irgendwo, ja, ich fahre hier rum mit meinem Anhänger und gucke, wo ich hier mein, das muss ich hier irgendwo bei, oh Gott, ich fahre hier gleich die Leute kaputt. Dieses komische Symbol. Ich muss dir irgendwo baum umzuschneiden sein. Ja, du fährst die Leute alle tot, weißt du. Also, ich habe keinen gesehen. Bei mir war keiner. Ach so, okay. Ich habe keinen gesehen. Ich war mit geschlossenen Augen. Ja, ja, so. Hier kann ich jetzt abladen. Perfekt. Auskippen. Cool. Sehr gut. Oh, wie schön das staubt. Ne, das gefällt mir ja. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Siehst du, das ist doch schon mal schön. Dann fahre ich nochmal zurück und gucke mal, wie weit der ist mit dem Feld. Aber. Also irgendwie müssen wir nachschauen, warum wir mit der Kettensäge ins Umfeld. Ja, pass auf, das können wir doch. Ah, das machen wir jetzt einfach auch gleich. Wir machen jetzt hier einen Cut und ich würde sagen, das Kettensägen-Massaker heben wir uns dann für den nächsten Part auf. Wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Ich düse hier zum Feld zurück und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sage tschau tschau. Tschüss.